Willkommen bei Humankind, dem Civ-Konkurrenten, der schon vor ein paar Jahren herausgekommen ist und, naja, sagen wir mal, nicht ganz so groß angekommen ist, wie er sich vielleicht erhofft hätte. Aber wir werden ihn mal zum Kontrast für Civilization VI und vor allen Dingen Millennia spielen. Und ich kann jetzt schon sagen, das Spiel kann einen ein wenig auf die Palme bringen. Wir werden direkt starten im zweiten Zeitalter, denn ich tue euch das erste Zeitalter nicht an. Aber genug der Worte. Lasst ein Like da, ein Abo da, das unterstützt mich sehr und jetzt beobachtet, wie ich die Welt unterjoche in Humankind. Wir schauen uns einmal an, welche Bedingungen wir uns denn gewählt haben, damit ihr wisst, wie wir loslegen. Ansonsten gibt es keine speziellen Regeln, außer, und das kommt hier drin, wir haben einen neuen Kontinent, das können wir unten in der Welt sehen. Und dieser Kontinent, ja, den hoffen wir natürlich, dass wir ihn erobern können irgendwie. Ihr werdet euch gleich sehen, unsere Karte ist dementsprechend auch sehr klein. Vielleicht werden wir auch gar nicht so lange überleben, nur dass ihr da schon Bescheid wisst. Sonst könnt ihr euch einfach mal die ganzen Einstellungen hier anschauen. Ich werde da jetzt nicht jedes bisschen erklären, das ist eine relativ einfache Map. Wie gesagt, zwei Kontinente. Wir spielen auf Reich, das ist die drittschwerste Schwierigkeit. Ich habe zum Beispiel sowas wie Verschmutzung, also den Verschmutzungseffekt zumindest ausgestellt, weil der einfach nur ätzend ist und mehr nicht. Ich habe einfach gesagt, alle Reich zerstören, Endspieltechnologien erforschen, Rundenlimit, Epochenlimit. Eigentlich ist schon Endspieltechnologien schon etwas, was man relativ gut schaffen kann. Deswegen ist eigentlich Rundenlimit am besten, wo man einfach meistens Sterne und Punkte haben muss. Das kann am schwersten sein bei schwieriger KI, da die nämlich innerhalb von 30, 40 Runden so 2000 Punkte haben, wo ihr gerade vielleicht auf 400 herum dümpelt. Ja, und jetzt könnt ihr mal sehen, wie sieht es denn aus. Also es hat mich wirklich, ich habe es ja in den Kommentaren oder im Community-Tab gesagt, wirklich lange Zeit gekostet. Und das hat mich echt schon an den Rande der Verzweiflung gebracht, überhaupt mal in diese Lage zu kommen in der 12. Runde relativ stabil mit zwei Sternen, Wachstumsstern und dem Wissensstern, endlich nach oben zu kommen. Bin sogar noch Erster. Ich gebe hier zu, ich habe hier wirklich auch mal geladen, weil dieses Savegame halt das Beste war, was ich nach 10 Runden hatte. Und meine Zeit ist halt auch endlich. Eigentlich war Blau jetzt auch schon mal oben. Also je nachdem, wie ich geladen hatte. Ich hatte aber dann Mammut noch gekillt und dann ist das dann noch nicht gewesen. Jetzt seht ihr aber, dass Blau mich irgendwie angreift hier. Das heißt also, in dieser Runde können wir auch noch nicht viel machen. Was sind unsere Vorteile? Wir haben dieses Wunder hier. Das will ich auf jeden Fall behalten. Ihr seht aber hier schon die blaue Grenze. Das heißt, der Blaue ist hier und der Grüne hier. Das heißt, von fünf Spielern, ja, wir sind insgesamt fünf, vier Gegnern. Haben wir schon zwei in unmittelbarer Nähe. Ich habe hier schnell das Gebiet eingenommen, um uns hier so eine kleine Grenze zu schaffen. Das ist allerdings auch was bei Humankind. Da pfeift die KI drauf. Die läuft durch euer Gebiet und baut euch auch hier hinten ein Gebiet von sich rein. Das ist denen wirklich komplett egal. Die geht, wie sagt man in Englisch, in Riot. Also die sind komplett wahnsinnig. Das seht ihr ja auch an diesem Angriff hier. Und ihr werdet auch sehen, dass wir relativ schnell auch Kriege kriegen werden. Denn die KI ist noch eskalierter als bei Millennia. Ich finde, bei Millennia ist sie kontrollierbarer. Hier ist sie auch extrem schwer auszulöschen. Das heißt, wenn ihr alle Städte von denen erobert habt, dann bleibt oft noch irgendein Außenposten oder eine Einheit, die einen Außenposten setzt. Und dann kommt wieder eine Stadt. Es ist, ja, anders, sagen wir mal. Aber die Position hier ist sehr gut. Und was ich machen will, ist die Zoo nehmen. Diese Zoo, wenn ihr die noch nicht kennt, die geben uns den Vorteil, dass wir hier halt pro Berg angrenzen, vier Wissenschaftler zu bekommen. Sehr gut. Außerdem gibt der Distrikt Stabilität und alle Distrikte sowieso nochmal Stabilität. Normalerweise geben die ja Minusstabilität, Minus 10. Das heißt, unsere Distrikte geben schon mal Minus 8 nur die normalen. Und unsere konfuzianische Schule gibt uns sogar noch Plus 8. Sehr, sehr stark. Allerdings nur, wenn ihr Berge habt. Und deswegen ist der Stadt auch sehr cool, weil der ja dieses Wunder hier zählt als Berg. Das heißt, dieser Distrikt hier wäre natürlich Gold. Deswegen müssen wir das Gebiet hier verteidigen gegen Blau. Hier hinsiedeln und hier diesen Distrikt bauen. Zwölf Forschungen. Das kann uns einen relativ langsamen Start geben, leider. Aber sollte uns helfen. Außerdem habe ich, wie ihr seht, hier noch einen Distrikt hingewort oder einen Außenposten. Und hier können wir auch drei Berge erobern. Das heißt, wir können dann extremen Vorteil durch diese erste Kultur erregen. Die Kultur ist sehr situativ und kann auch einen sehr zurückschmeißen. Es gibt ja keine Produktion, keine Nahrung. Deswegen habe ich mir auch als erstes diese Fähigkeit genommen, für jede Bevölkerung eine Produktion dazu zu bekommen. Ja, ist jetzt viel gebrabbelt, aber das ist bei Jugendkeiten immer normal, dass wir natürlich viel analysieren müssen, was ist eigentlich geschehen. Ihr habt zumindest die erste Phase nicht mitgekriegt. Ihr seht, ich habe ja die sieben Einheiten bekommen, weil ich spawnte neben einem Mammut. Und das ist halt super, weil wenn ihr den ersten oder zweiten Speer habt, Personen habt, wie auch immer, Stammesleute habt, könnt ihr die Mammuts umklatschen. Und die bringen natürlich sehr viel Nahrung. Und deswegen konnte ich hier innerhalb von zwölf Runden zwei Sterne erringen. Außerdem hat das Wunderfinden auch nochmal fünf, glaube ich, gebracht, obwohl der blaue Spieler schon entdeckt hatte. Als zweites Vermächtnis werden wir Bauern nehmen, um noch mehr Nahrung dazu zu bekommen. Weil wir sieben Bevölkerungen haben, kriegen wir auch dieses Vermächtnis noch, was sehr cool ist. Weil wir werden, wie gesagt, nicht viel Nahrung, viel Produktion haben. Das heißt, wir haben Produktion und Nahrung dazu. Und Forschung kriegen wir halt durch unseren Distrikt, was natürlich eine ideale Kombination dann ist. Ja, dann zerstören wir hier gerade mal diesen komischen Angriff, den ich nicht verstehe. Der ist wahrscheinlich einfach nur jetzt tatsächlich unseren Rückzug beendet. Was ja beim Human-Kern auch so ist. KI greift uns an und unser Zug ist damit beendet. Ich denke, dass das tatsächlich das Ziel war der KI, dass wir hier nicht siedeln können. Obwohl wir dann natürlich unbedingt unsere erste Stadt hinbauen würden. Wir würden dann die erste Stadt hier hinbauen, die zweite Stadt hier hin und das war es eigentlich schon fast. Weil ihr seht ja, wir sind ziemlich eingeboxt und würden dann versuchen, über Wasser irgendwie zum anderen Kontinent zu kommen. Das ist so die einzige Idee, die ich jetzt erstmal hätte. Eigentlich können wir mit unserer Einheit hier noch ein bisschen was sammeln oder halt die Mammuts töten. Das ist eigentlich ganz in Ordnung. Warum nicht? Bei der sofortigen Lösung sterben einfach mal zwei Einheiten hier und die dritte wird fast getötet. Auch das macht diese erste Epoche zu einem absoluten Grind. So, ich habe gewagt, noch eine Runde weiter zu gehen. Natürlich gar nicht daran gedacht, dass ich auch die anderen die Kultur nehmen. Glück gehabt, Phönizia wird genommen. Ist uns egal, wir nehmen die Sue. Wir werden das jetzt auch einklicken, damit wir wirklich klar vorangehen. Die Einheit, die sie bekommen, ist übrigens auch sehr stark. Hier dieser, ich spreche es gar nicht aus, Sanché. Gut, ich habe es doch getan. Schwere Kavallerie, sehr gute Boni, weil die irgendwie mit hoher Stabilität mehr Kampfkraft kriegen. Wenn ihr euch ja denkt, braucht aber auch viel Pferde und viel Kupfer ist es, glaube ich. Deswegen auch nicht so einfach zu bekommen, natürlich. Wie gesagt, diese Stadt wird hier entstehen und diese hier. Und damit werden wir unsere Imperium aufbauen. Und dann schauen wir mal, wie sich die erste entwickelt. Ich werde jetzt, wie gesagt, die Distrikte zuerst mal machen, sehr viel Runden. Und dann werden wir sehen, wie schnell uns die KI den Krieg erklärt. Und wie schnell auch diese neutralen Einheiten kommen, die auch gerne mal mit zwei Streitwagen neben eurer Stadt spawnen. Was auch sehr ungemütlich sein kann. So, und da sind wir jetzt in der Antike mit Sue. Ich habe euch das Video jetzt erspart, denn die sind jetzt nicht immer das Interessantste. Aber ja, wir sind jetzt die erste, beziehungsweise die zweite Kultur. Ich weiß nicht, wer Blau jetzt nach dem Laden anders hatte. Finde ich ein bisschen schade eigentlich. Wollte ich jetzt auch nicht unbedingt erreichen. Aber gut, ganz ehrlich, so wie die KI hier manchmal drauf ist, gönne ich ihr das auch einfach, dass die jetzt viel, viel langsamer dran ist. Jetzt sind natürlich hier die ganzen Sachen, die spawnen. Ich werde den hier einfach auf Erkunden schicken. Wenn man ein Auto erkundet, kann ich ihm nur einen Tipp geben. Wir wissen, die immer wohl Sachen sind. Und er macht das gerne mal. Die werden wohl auch relativ schnell sterben, weil simultane Züge bedeutet halt, dass ihr euch da die Konzentration sehr stark haben müsst, um da wirklich vorzugehen. Jetzt müssen wir hier leider noch warten. Hier müssen wir drei Züge noch warten. Hier nur einen Zug. Dann können wir unsere erste Stadt gründen. Die mussten aber jetzt loslegen, bevor wir nachher die Züge geklaut worden sind. So, da haben wir die Stadt gegründet. Blau muss man hier noch einmal vertreiben. Ist ganz gut. Kommen da voran. Kriegen jetzt nicht so viel Einfluss. Aber wir kriegen halt diesen Distrikt, wenn ihr sehen könnt, plus viel Einfluss. Das ist nämlich das Schöne, weil wir die Synergien haben. Wir haben 13 Forschung plus 10 Stabilität. Kriegen natürlich jetzt nicht ganz so viel Produktion. Deswegen dauert es acht Runden. Aber ihr kennt ja hoffentlich den Trick. Wenn ich zeige ich Ihnen einmal, damit ihr das mal gesehen habt. Ihr nehmt einfach diese Speereinheit hier und löst sie innerhalb eines Ausposts auf. Und dann kriegt ihr, wie ihr unten sehen könnt, eine Bevölkerung dazu. Das passt auf, dass es nicht zu viel macht. Das Spiel ist dann ein bisschen gnadenlos. Und ich glaube, zwei passt. Bei drei muss man schon aufpassen. Ihr seht, wie langsam das schon wächst. Danach würden die wahrscheinlich eher verhungern. Deswegen müsst ihr ja gucken, das bringt hier jetzt nicht so viel, weil wir haben einfach nicht so viel Nahrung, sagen wir mal. Gute ist aber trotzdem, dass wir jetzt mit zwei zumindest es schaffen, die Baukosten ein bisschen zu senken. Aber fünf Runden ist der erste Distrikt. Wenn wir jetzt das andere hinzufügen, ich kann es jetzt mal machen, aber ich befürchte, dass wir einfach nur verhungern werden. Das heißt, das wird uns nicht viel bringen, weil sonst müsste ich nochmal laden, um das halt wieder rückgängig zu machen. Ihr müsst ihn sonst nämlich wieder bauen, damit ihr den wieder rausbekommt aus der Stadt. Das ist ein bisschen lästig. Deswegen lasse ich das lieber, weil ich da nicht sicher bin, wie genau die Rechnung da abläuft. Aber nur, dass er bescheiden ist, das solltet ihr immer machen, weil jetzt seht ihr es deutlich schneller als vorher. Ihr habt acht Runden gehabt, jetzt habt ihr noch fünf Runden. Das lohnt sich schon. Wenn ihr jetzt sogar sagen wollt, okay, ich will diesen Distrikt schon wieder haben, ihr werdet ja erst in sechs Runden schrumpfen. Das verhindert natürlich massives Wachstum, aber guckt mal, wie wenig Runden ihr dann noch für das Baumord. Ihr könnt also sagen, okay, ich brauche vier Runden in diesem Distrikt. Das lohnt sich dafür jetzt einfach auch mal diesen Hit sozusagen zu nehmen. Und unser Ziel ist jetzt hier am besten noch einen zweiten Ausbruch zu bauen mit viel Nahrung, um den eben anzubauen. Ja, eine enge Kiste. Also wir haben jetzt den Distrikt fertig, aber ihr seht, wir haben auch die dritte KI schon kennengelernt. Ja, vielleicht war es ein Fehler, mit zwei Kontinenten anzufangen und einen Kontinent als neue Welt zu stellen. Denn die ist ja leer und alles andere, seht ihr, hängt direkt um uns herum. Das wird natürlich ein harter Kampf, wirklich sich die Punkte einzuverleiben. Das ist immer ein bisschen nervig, aber am besten wären wir natürlich, wenn wir wenigstens, wenigstens, eins, zwei, drei, vier Gebiete hätten. Unser Posten kostet aber schon 111. Und ich kenne die KI, die wird sich auf jeden Fall jetzt ranwanzen. Aber ihr seht die Forschung. Wir haben jetzt 16,8 pro Runde und die Erforschung hat Tischlerei. Das hätte eben zwölf Runden gedauert. Jetzt die vier Runden später haben wir schon mal wieder, ja, wenn dann acht noch wären, sechs Runden abgeworfen. Und sehr gut, das gefällt uns wirklich gut. Gehen auch langsam durch diese Kultursachen. Die lasse ich aber jetzt erstmal raus, weil wir müssen erstmal schauen, dass wir uns Gebiete gründen. Wir können halt höchstens mal schauen, ob wir diese Legitimierung nehmen wegen den Außenpostenkosten. Ich glaube, das müssen wir machen. Auch wenn ich lieber eigentlich die zweite Stadt gründen wollte. Aber ihr müsst halt andenken, die KI setzt euch alles dahin. Das heißt, mit 6,50 können wir jetzt hier sofort einbauen. Was ich auch immer sehr nervig finde, ist, dass ich jetzt nicht gucken kann, wo ist der beste Ort. Weil die KI will ja jetzt hier auch gründen. Und ich müsste jetzt wissen, wo muss ich hin, also wo kann ich gründen. Wir werden halt dringend hier diesen Ort brauchen. Wir brauchen nämlich Nahrung. Wir müssen die Stadt dahingehend auf jeden Fall erweitern, sonst wird das schwierig. Wir brauchen erstmal hier noch mehr Einfluss, weil wir wollen auch diese Einflusspunkte natürlich haben als Ästhet. Und wir können auch diese kulturelle Hegemonie hier benutzen. Wird uns aber jetzt, glaube ich, nicht sehr viel bringen. Gibt uns halt so eine gewisse Sache von Einfluss, den wir haben. Wird uns aber, glaube ich, für 30 Gold. Ich glaube, wir können mal klicken, theoretisch. Wir können das ja auch mal sehen hier. Oder wir könnten zumindest mal schauen, wo es wäre. Das Gebiet hier aber da ist, sind wir noch gar nicht überwachend. Aber wir können hier zum Beispiel bei uns hier machen. Da haben wir 30 Gold für 270. Oh, 270, krass. Hätte ich nicht gedacht. Ja, das nehmen wir natürlich auf jeden Fall. Warum nicht? Das tun wir. Dann haben wir auf einmal mal 313. Das ist natürlich exzellent. Denn dann können wir mit unserem Sperr, der hier oben rumwatschelt, direkt mal zurück und hier hinten die Gebiete einnehmen. Also ich würde jetzt gar nicht weiter nach vorne preschen. Das würde uns nichts bringen, glaube ich, erstmal. Das müssen wir mit Konflikt machen. Wir haben das einfach, glaube ich, nicht die Möglichkeit, zwischen beide zu stellen. Wir sitzen eh schon am grünen dran. Wir werden es eh gleich im Krieg erklären. Deswegen würde ich das eher ungerne machen, muss ich sagen. Vielleicht, wenn wir erstmal die hinten die Gebiete haben, dass wir das tun. Aber schwierig. Wir haben auch nicht die besten Ressourcen. Also unser Hauptgebiet ist sehr gut. Aber hier der Rest ist halt, ja, ein Pferd hier, ein Pferd da, was ganz nett ist. Aber ansonsten sieht das jetzt nicht überragend aus. Aber wenn wir jetzt schnell genug sind, sollten wir die Möglichkeit haben, zumindest Vorteile zu erringen. Wir werden jetzt erstmal auf die, nachdem wir Tischlerei erforscht haben, was uns, wenn wir es bauen können, dass Holzlager sehr gute Produktion dazu gibt. Und wir werden dann auf Stadtverteidigung gehen, um einfach ein bisschen Verteidigung zu haben und dann auch Bronzeverarbeitung. Ich will nämlich hier mit der zweiten Stadt noch warten, bis wir hier das Ding relativ kostenlos kriegen. Ich weiß nicht, vielleicht entscheide ich mich auch noch um. Wäre jetzt aber die Idee, dass wir das halt einfach mit Einfluss hier drauf setzen können. Weil es schon sehr saftig ist hier mit diesem ganzen Zeug, was wir bekommen haben. Da einfach zu sagen, komm, wir klatschen das hin und gut ist. Das hat schon seine Vorteile auf jeden Fall. Muss ich aber jetzt nochmal mit mir besprechen. Im Reinen sein und weiß ich nicht was. Ihr seht übrigens, dass der Blaue bei uns konstant hier im Gebiet rumläuft. Er will uns halt auf jeden Fall auf die Nerven gehen. Das könnt ihr euch denken. Ihr habt auch schon, dass ich dir erst vorgestellt habe, die KI funktioniert ja hier so. Sobald du irgendwas tust, was auch noch ansatzweise dein Spiel voranbringt, sagen sie, das muss aber jetzt bitte nicht gemacht werden. Das heißt, die würden jetzt halt gerne Sargas haben, weil wir da jetzt den Auspassungsrund haben. Ist ja klar. Die haben natürlich hinter sich auch genug Platz. Wir haben ja nur diesen Platz. Aber es ist halt so, dass es sofort dann diesen Kriegsgrund gibt. Das werden die auch gleich nutzen. Also wie gesagt, das kann gut sein, dass wir in zehn Runden schon im Krieg sind. Ich hoffe nur mit einer KI. Denn zwei werden wir nicht schaffen, gerade weil die halt schneller ziehen können, als wir bei den Simultaren zügen. Das müsst ihr mal bedenken. Das sieht natürlich tatsächlich super aus. Also das macht Zoom natürlich nochmal besser. Habe ich schon gar nicht mehr im Kopf gehabt. Sage ich ganz offen. Bin ja wie gesagt auch kein Profi. Deswegen habe ich hier auch keine besondere Challenge drin. Oder höchste Schwierigkeitsstufe. Weil ein junger Keil halt sehr chaotisch ist. Und sehr aggressive KI hat. Und ich halt auch nicht alles so gut kenne wie jetzt bei Civilization, Age of Wonders 4. Und auch Millenia, würde ich jetzt mittlerweile sagen. Aber deswegen habe ich das hier ganz normal gewählt. Aber das habe ich gar nicht mehr daran gedacht. Also ich meine, 270 Einfluss kann auch nicht balanciert sein. Das zählt wohl nicht für den Ästhetensternen zu. Das heißt, da müssen wir die auf natürlichen Wege kriegen. Aber 270 Einfluss zu bekommen am Anfang ist natürlich absolut lächerlich gut. Das muss man ganz klar sagen. Wir werden uns eine Töpferei jetzt kaufen. Eigentlich würde ich gerne das Holzlager bauen. Aber es ist halt, boah, es dauert halt so lange. Wir brauchen eigentlich noch mehr Produktion hier. Könnte man machen, indem wir hier hingehen. Dann würden wir einfach auch ein paar andere Dinge drumherum füllen. Nahrung brauchen wir ja gar nicht drauf zu gehen. Also das brauchen wir gar nicht erst anzufangen. Dieses Gebiet hier ist von der Nahrung her tot. Das ist einfach so. Wir dürfen dann nicht noch mehr Nahrung wegnehmen. Sonst haben wir tatsächlich ein ernstes Problem. Deswegen würden wir hier hingehen und erstmal den Distrikt dahin bauen. Anders geht es einfach nicht. Wir werden aber natürlich, sobald wir hier die ersten Sachen fertig haben, dauert hier ein paar Runden. Hier sind es vier, dann sind es fünf Runden. Werden wir uns natürlich direkt einen Anschluss nehmen, damit hier die Stadt auch einigermaßen stark wird. Weil so, wie ihr seht, wächst die halt gar nicht. Wir können halt in elf Runden wachsen, dann haben wir noch weniger Produktion. Das ist schon möglich. Aber danach werden wir halt auch Hunger leiden. Das heißt, eigentlich müssten wir statt der Technologie hier auf, ich wollte eigentlich gar nicht Kalender mehr haben, ehrlich gesagt, aber müssten wir eigentlich auf Tierhaltung gehen. Hatte ich jetzt alles angewählt. Also statt auf Bronze bearbeiten zu gehen. Wir brauchen eigentlich Nahrung. Aber wir haben natürlich jetzt auch, Bauernflüchtel haben wir ja gar nicht. Wir müssten Pferde dann haben. Ich mache jetzt erstmal Stadtverteilung fertig. Dann können wir mal überlegen, wie wir da genau vorgehen. Ja, das hat natürlich exzellent geklappt, muss man einfach sagen. Wir haben das Gebiet jetzt schon drin. Das gefällt mir sehr gut. Damit können wir auf jeden Fall arbeiten. Jetzt ist das nächste Ziel natürlich, die Stadt hier zu bauen. Und dann eben unser Gebiet zu erweitern, also erweitern im Sinne von stärker machen und einverleiben. Wir werden danach keine Stadt mehr gründen können. Wir werden bei zwei bleiben. Der Rest muss halt dann über Wasser geschehen. oder eben Kriegsführung. Wo ich auch nicht abgeneigt bin, weil die KI kann eigentlich wirklich, wie gesagt, auf den Nerv gehen. Die Grünen hatten es tatsächlich nur und nicht Angriffspack angeboten. Habe ich, glaube ich, auch noch nie gesehen. Kann sich aber innerhalb von einer Runde oder so wieder ändern. Ist aber auch extrem schwach momentan. Also zumindest fühlt sich die KI noch schwach. Sobald sie sich stärker fühlt, wird das anders sein. Ist uns aber wohlwollend gegenübergestellt. Der andere ist, glaube ich, relativ wohlwollend, gleichgültig, dachte ich. Und der wird zögerlich, beziehungsweise wird bald natürlich auch aggressiv gegen uns sein, weil wir halt konstant Angriffe auf sie beüben werden. Die haben uns eben angegriffen. Das heißt natürlich, da werden wir mehr Konflikte haben. Ihr seht auch diese Ressource, die ja durch Together with Rule, wie das heißt, eingeführt worden ist. Diese Druckmittel könnt ihr halt nur mit Gesandten aufsammeln. Ich finde, das ist halt wieder so ein bisschen schwierig. Da müsst ihr die Gesandten erbauen. Die werden auch angegriffen und so weiter. Dann könnt ihr halt diese Ressource nutzen, um dann wieder ganz nette Aktionen tatsächlich durchzuführen. Was ich ganz cool finde, ist, wenn ihr einen Krieg führt, dann könnt ihr halt zum Beispiel sagen, ich erzwinge jetzt hier den Waffenstillstand durch diese Druckmittel. Was eigentlich ganz cool ist, ich finde die Art und Weise, wie man es sammelt, dass man einfach aufs Feld läuft und das dann einsackt. Das ist halt total langweilig, warum man das irgendwie durch coole diplomatische Aktionen oder irgendwie so ein Minispiel irgendwas machen könnte. Vielleicht wäre es dann auch nicht perfekt, aber es wäre besser, als ich laufe mit irgendeinem Typen hier übers Feld und sammle genauso wie Kick-Ups halt. Wir haben unbedingt ein Krieger bekommen. Einfach nur diese Diplomatie oder Druckmittelpunkte ein. Finde ich ein bisschen schade. Wir haben jetzt dann unseren ersten Kampf verloren, weil der jetzt andere Religions-Plus-Schaden bekommt. Das heißt, diese einen sind schon bei 16 Schaden. Weiß nicht genau, warum wir das nicht bekommen. Ich sehe jetzt bei der Religion nicht direkt, wie er das eingestellt hat. Wahrscheinlich durch eine Verordnung, die wir aber noch gar nicht haben, die wahrscheinlich hier unten irgendwo sein werden wird. Die ist, glaube ich, hier immer die Religionsgeschichte. Ein bisschen ärgerlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber dafür können wir unser erstes Gebiet wenigstens anschließen, was uns endlich mal ein bisschen Nahrung geben sollte. So, dann haben wir nämlich hier den Punkt ein wenig entspannter, glaube ich. Naja, geht so jetzt nicht besonders, aber wir haben wesentlich mehr Industrie eigentlich. Und ja, gut, das bringt uns natürlich gar nichts. Der Distrikt ist hier natürlich gut. Den können wir hier dann nochmal bauen. Das wäre dann das nächste Ziel. Aber da ist früher fertig, da wollte ich erstmal das anschließen. Hier hätten wir tatsächlich, da müssen wir aufpassen, wenn das nicht wisst, Werke sind in einem anderen Distrikt, das heißt, oder in einem anderen Gebiet. Das heißt, wenn ich das hier hingesetzt hätte, hätten nichts gebracht. Die hätten nicht gezählt, auch die das nicht, weil die im anderen Gebiet wären. Hier hätte nur dieser, ne, der auch nicht, gar kein Berge zählt. Nur hier unten, wenn da einer gewesen wäre, ist aber nicht. Das heißt, hier hätten wir, könnten wir, hätten wir noch zwei Gebirge schrinken können. Eins reicht aber auch erstmal. Es geht erstmal darum, da ein bisschen gute Plätze zu finden. Da hätte ich es vielleicht noch machen können, weil ich auch, wenn ich mehr auf Nahrung und Produktion verzichtet hätte. Habe ich jetzt nicht gemacht. Ich glaube, da kann man aber leben. So, ein paar Runden weiter können wir jetzt in unsere zweite Stadt gründen, was natürlich exzellent ist. Ich würde zwar gerne noch hier die Ressourcen ballern, damit wir die einfach ohne Produktionskosten machen. Ich glaube, das mache ich auch, oder? Das heißt, auch wenn ihr das nicht wisst, ihr wisst, man kann halt, wenn ihr jetzt einen Außenposten habt, könnt ihr die Ressourcenknoten halt durch Einfluss bauen, statt durch Produktion. Was euch natürlich viele Runden spart und deswegen nicht zu verachten ist. Kostet uns natürlich jetzt wieder einige Runden, die wir dann halt nicht mehr haben oder die wir die Stadt nicht haben. Aber ihr seht ja, was wir Vorteile kriegen. Ordentlich Stabilität, Geld, das braucht ihr dringend. Ihr seht, die 22 ist wichtig. Ich hatte schon zwei negative Events, wo ich wirklich Geldnot hatte. Und ihr seht es auch direkt, wir haben es direkt verkauft an unsere Kumpanen. Beide übrigens keine Angriffe mehr gegen uns. Beide nicht Angriffspakt. Was sehr gut für uns ist. Auch wenn wir uns jetzt die Gebiete da oben weggenommen haben, ist das vollkommen auch noch. Ihr seht auch, die vierte Person ist auch schon hier. Also sehr eng. Deswegen sind die jetzt auch nicht gerade so mächtig, weil wir halt einen extrem kleinen Kontinent haben. Also durch diese Ästhetenfähigkeit, kulturelle Hegonomie kann ich euch nur empfehlen. Haben wir halt wirklich absolut, wirklich einen riesigen Vorteil, muss man einfach sagen. Wir brauchen momentan uns wirklich nicht zu fürchten. Blau kann natürlich nervig sein, weil er hier konstant immer rumläuft und uns irgendwie unsere Gebiete kaputt machen kann. Ich habe auch ein paar Armeen schon zerstört. Aber ja, das ist auf jeden Fall schon sehr gut, wie das jetzt gelaufen ist. Ich hatte echt Angst, dass wir hier komplett wieder eingeboxt werden. So haben wir zwar nur sechs, ne was sind es, fünf, sechs Gebiete, sechs Gebiete, aber das ist schon mal nicht schlecht für Runde 33. Da kann man mit arbeiten. Deswegen sind die gerade auch sehr, sehr wohlwollend zu mir, weil die offensichtlich auch, ja, ihr seht es, oh Gott, wie klein ist dieser Kontinent. Das wird ein Gemetzel nachher. Die können sich, aber die würden mir jetzt den Krieg erklären, aber sich gegenseitig, das mögen die nicht so gern. Ihr seht, was wir jetzt für einen enormen Vorteil gekriegt haben, dass wir eben diese Fähigkeit haben. Und hier hat sich jetzt noch ein neutraler Staat niedergelassen, das heißt, da haben die jetzt auch keinen Platz mehr. Ich denke mal, dass die alle nur eine Stadt haben, hier genauso. Das ist also ein extrem winziger Kontinent. Ich habe eine normale Größe genommen, die soll angeblich für sechs Spiele geeignet sein. Klar, der Kontinent, muss man natürlich dann denken, ist ja, einer ist ja leer, aber dass es so extrem klein ist, hätte ich jetzt tatsächlich nicht gedacht, muss ich sagen. Ja, aber ich finde es schon irgendwo lustig. Wir sind ein paar Runden weiter und ihr seht, wir haben die Stadt gegründet und wir haben schon die Gebiete angeschlossen. Das liegt daran, weil wir die Hegemonie benutzen konnten, weil wir hier 100% unsere Kultur haben. Haben wir wieder 270 E-Fast bekommen, was einfach total lächerlich ist. Und wir konnten irgendwie durch wahrscheinlich anschließend dieses Gebiet oder Sichtweite, ich habe keine Ahnung, konnten wir die Halong-Bucht hier hinten finden. Auch eine ganz coole Geschichte. Bringt uns aber jetzt erstmal nicht so viel, außer, dass wir eben nochmal eine Welttat dafür bekommen haben und deswegen schon ordentlich bei 1050 Punkten sind. Die anderen ist bei 500, die KI. Das ist ja ein ganz anderes Bild. Ich habe ja wirklich mehrere Runden schon getestet, nochmal wie ich es kann und so weiter. Ganz anderes Bild. Aber gut, das liegt daran, weil wir halt diesen wirklich lächerlichen Kontinent haben und wir halt wirklich die extrem schnellen Start haben. Das kann man einfach nur nochmal sagen, warum das so wichtig ist. Jetzt zum Beispiel hätten wir wieder eine Schwierigkeitsstufe höher stellen können. Aber ich muss sagen, als ich das gesehen habe, habe ich auch gedacht, okay, wir werden ordentlich auf die Mütze bekommen. Aber da der Kontinent halt wirklich lächerlich klein ist, ihr seht, das ist das Einzige, was der hat. Der Rest ist hier über Wasser. Ist halt komisch von der Größe her. Aber deswegen sind wir natürlich eine absolut super Position, weil wir genau hier gespawnt sind. Das ist genau die Mitte. Das heißt, wir hatten natürlich den besten Weg, hier was zu erreichen. Und blau ist irgendwie extrem langsam gewesen. Ich weiß nicht, was der die ganze Zeit in diesem Gebiet gemacht hat, weil wir konnten ja wirklich, ich habe den echt hier noch rumgezogen und konnten hier dann auch das Gebiet einnehmen. Das ist schon sehr beeindruckend. Sonst hätten wir nicht nur dieses hier bekommen. Das wäre, das wäre, glaube ich, anders gewesen. So, jetzt ein bisschen weiter. Wir können uns ein Wunder gönnen. Wir haben ja jetzt nichts mehr mit unserem Einfluss zu tun. Wir haben alle Gebiete eingenommen. Ja, es ist halt eine ziemliche Putsituation. Das ist die Situation, die wir momentan haben. Und mehr ist erstmal nicht zu tun. Das heißt, wir werden jetzt bald die nächste Epoche schlittern oder uns vorkämpfen. Ihr seht auch, die KI kommt schnell hinterher und die kann recht gut pushen, auch wenn die nicht gigantische Gebiete hat. Ich weiß nicht, ob der vielleicht noch eine Stadt dahinter hat. Man weiß es ja jetzt nicht ganz genau. Wir kriegen auch hier viel Geld, weil alle mit uns handeln. Das ist natürlich sehr, sehr gut. haben aber eben den Vorteil, dass wir dieses größere Gebiet haben, also vermeintlich größer. Ich würde sagen, wir nehmen Tempel der Artemis haben wir ein bisschen Glaube, können wir unsere Religion mal pushen. Die Pyramiden sind ganz cool, müssen aber neben Fluss gestellt werden. Da könnte ich ja gut hier hin oder halt in der Stadt. Das war es dann aber auch mit Fluss. Fluss habe ich jetzt nicht so viel. Die anderen sind schon beansprucht, das haben die ja eigentlich schon gemacht. Das ist übrigens sehr cool. Hängende Gärten. Gärten sind hier eine extrem starke, ein extrem starkes Wunder. Kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr das mal haben wollt. Das ist wirklich super. Jedes Luxuris aus dem Lager, auf dem es gebaut ist, ist wirklich super gut. Das ist eine sehr starke Fähigkeit. Kann ich nur empfehlen. Wir würden einfach ein bisschen Glaube nehmen. 40 Stabilität ist ja auch ganz cool. Und ja, angrenzen, das heißt, wir müssten dann, können wir aber nicht. Das ist das Problem. Wir können das nicht hier bei unserer Hauptstadt dann platzieren. Ich würde das gerne hier hinsetzen. Ansonsten in der Nebenstadt können wir auch nicht wirklich neben den Distrikt bauen. Hier könnten wir es machen, da könnten wir drumherum noch platzieren. Oder halt hier hin, ja, eigentlich würde ich das natürlich gerne daneben bauen. Damit wir halt auch die Boni mitnehmen können. Aber ich glaube, da werden wir jetzt nicht wirklich drauf kommen. Aber der Glaube wäre schon mal sehr gut, weil wir dadurch unsere Religion pushen. Nehmen wir einfach mal mit, weil, wie gesagt, wir haben eh gerade nichts anderes zu tun. Jetzt könnt ihr ja im Wunder einfach bauen und das platzieren. Ihr seht, wie viel das gerade bringen würde, was das machen würde. Ich könnte es auch ersetzen. Ich hätte eine Vorstellung dazu bekommen. Ich könnte es hier setzen, dann kann man das jetzt zusammenbauen. Das ist wichtig zu verstehen. Ich kann es jetzt, wie gesagt, hier ersetzen. Da wird gleich noch dieser besondere Distrikt entstehen und gibt uns also eine Vorstellung dazu. Dann könnte ich hier drumherum noch die anderen Distrikte bauen. Das ist, ja, relativ egal. Ihr seht, hier können wir auch eine Nahrung, eine Produktion. Das ist auch nicht gigantisch. Ich meine, der Glaube ist natürlich super, weil wir einfach drei verschiedene Distriktarten haben, sage ich mal. Dann kriegt er jedes Mal die Synergien dazu. Ich glaube, wegen den Ressourcen lagern. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann wäre das ganz nett, ja, hier, Bauern, Früchte, Schmiede, Forschung und so weiter. Das ist ganz nett, dass wir das da hinsetzen können. Vielleicht würden wir das sogar besser machen als alles andere. Dann haben wir einfach am meisten Stabilität. Dann ist unsere Hauptstadt eigentlich, eigentlich hätten wir doch auch nur eine Stadt dann spielen können. A One-City-Challenge. Das wäre vielleicht gar nicht schlecht gewesen. Aber mit der Stabilität plus Zoo ist schon massiv. Da werden wir niemals von 100% runtergehen. Das ist schon sehr, sehr saftig. Kann man nicht anders sagen. Ihr seht, das kriegt man bei diesen Bezirken genauso. Das heißt, wir bauen das jetzt mal hier hin. Wir würden dann gucken, dass wir darüber noch Distrikte bauen, wie jetzt hier bauen, Früchte und so weiter. Und hier noch ein Industriebezirk. Und würden dann beim anderen, bei der anderen Stadt, würden wir dann halt einmal hier so ein Tempel, Coolstädte, wie auch immer bauen. Und die könnte man auch irgendwo hinsetzen. Da gibt es 22 Stabilität. Wir haben ja durch die Ressourcen auch sehr viele Möglichkeiten, das hinzusetzen. Beziehungsweise den Obelisk gehört er eh überall hinsetzen. Aber ich meinte jetzt auch die Distrikte drumherum. Müssen wir dann immer überlegen, weil man kriegt ja hier auch diese Fähigkeit pro so und so. Kriegt man mehr Zeug. Das heißt, wir könnten es auch hier hinsetzen und dann alles mit Forschungsdistrikten voll klatschen. Wäre eigentlich eine ganz lustige Sache. Allerdings verlieren natürlich die Forschungsdistrikte hier dann den Bonus mit den anderen Forschungsdistrikten. Da muss man auch immer wieder dran denken. Ich sitze aber trotzdem mal einfach hier hin, weil, ja, kann ich halt, würde ich sagen. Und dann könnt ihr das zusammenbauen. Aber als erstes wichtig, dass wir hier das noch aufbauen und das hier. Das hat mehr Sinn. Wir können mit dem Geld in uns schmeißen, von daher können wir uns auch gerne so eine Schule kaufen. Ihr seht, ihr forschen uns relativ schnell durch. Wir haben 53 Forschung, was schon sehr cool ist, aber das war genau die Strategie, die ich auch halt angehen wollte, um ehrlich zu sein. Von daher passt das schon. Ja, hier können wir uns auch kaufen. Und dann Tierstall, der müsste uns jetzt vier Nahrung geben, weil wir schon ein paar Pferdchen haben. Vier Pferdchen, das sind ja immer, das ist ja auch neu, relativ neu. Hier steht es um die Zahl, wie viele das sind. Das war vorher nicht so. Ihr seht, hier sind es zum Beispiel drei und zwei. Hier ist nur eins jeweils. Und hier sind wir fünf von diesem. Und hier auch drei, drei. Das heißt, das sind schon sehr mächtige Felder, während das hier eher, ja, nur okaye Felder sind. Hier unten, das wäre halt das mächtigste Pferd. Das ist auf jeden Fall auch noch bauen, weil das eben uns vier Pferde gibt. Und das ist natürlich schon enorm. Kann man nicht anders sagen. Oh, es gibt Krieg. Und zwar hat sich hier der entschieden, wie heißt er, die Karaladner sind es halt, also Orange nenne ich ihn jetzt einfach, Orange entschieden, Lila anzugreifen. Das heißt, es kann sich jetzt bald zur Machtverschiebung kommen. Orange ist sowieso, ja, zumindest Ära-Sterne-mäßig, sehr weit vorne. Wenn die jetzt die, also Biblios erobern können, also Lila auslöschen können, dann könnte es nochmal spannend werden, weil die dann mächtiger werden. Dann werden die uns auch direkt nicht mehr mögen. Das könnte nochmal zu so einem großen Clash führen. Blau kann sich einfach nicht wehren. Ich werde Blau auch irgendwann auslöschen, denke ich mal. Wenn wir jetzt hier diese Reiter nicht, Streitwagen haben, die besonders von unserer Kultur, wir haben ja unglaublich viel Stabilität, dann pumpe ich davon ein paar und werde die einfach zerquetschen, glaube ich. Weil ich da einfach Bock drauf habe. Und die mir wirklich auf den Nerv gegangen sind, was generell jede KI macht am Anfang. Wobei die anderen KIs, muss man sagen, sich sehr schnell eingeschleimt haben. Blau hat uns ja wirklich nur angegriffen und uns auch noch provoziert. Von daher ist die Rache ja auch, finde ich, doch gerechtfertigt. Okay, meine Freunde, das wird wohl als der kürzte Krieg der Geschichte eingehen. Der hat eine Runde gedauert oder zwei und dann war Ende. Ich glaube, er hat das Gebiet übernommen, der Orange. Ich bin mir nicht mal mehr sicher. Es war ja auf jeden Fall nicht sehr ereignisreich, aber ich denke mal, die Karalala werden da als Sieger rausgekommen sein. Wir werden übrigens natürlich warten, falls ihr das Spiel jetzt noch nicht so wirklich kennt, dass wir natürlich mehr Sterne bekommen. Also wir werden hier nicht jetzt schon direkt abgehen. Ganz wichtig, wir haben jetzt wohl alle Forschungen durchgehen, damit das Spiel vielleicht nicht ganz so lange dauert. Ich habe auch langsamer gestellt, das heißt 450 Runden wäre das Ziel und dann geht es darum, halt die meisten Ära-Sterne zu holen oder eben alle Forschungen. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler war, vielleicht hätte ich doch nur auf Ära-Sterne gehen sollen, das ist eigentlich immer meist Spannung, weil die KI schon ganz gut nachholen kann. Ich meine, mit der Gebietssituation vielleicht nicht ganz so, aber insgesamt sind die da schon sehr stark. Auf jeden Fall, worauf will ich hinaus? Wir gucken, dass wir hier die ganzen Sachen kriegen. Diplomativ-Sterne kriege ich jetzt erstmal nicht, da müsste ich meine Gesandten jetzt mal pumpen. Da muss man auch wieder Ressourcen für ausgehen, weil ich immer sehr nervig bin. Gitter-Sterne versuchen wir aber in dem wir blau umhauen. Auch wenn wir das nicht schaffen, ist auch egal, dann werden wir erstmal nur hier ein bisschen was auf diese Ästheten-Sterne geben, weil die halt mehr geben. Würde ich auf jeden Fall auf 1800 noch gehen, das ist ganz klar. Aber nur, dass ihr Bescheid wisst, dass wir jetzt noch nicht in die nächste Woche gehen. In der nächste Woche werden wir dann wieder schauen. Vielleicht kommen wir dann auf die See und können uns hier noch mehr Gebiete einverleiben und dann wirklich die KI komplett auszulöschen vielleicht sogar. Ja, währenddessen haben wir uns auch ein bisschen bei den Unabhängig eingeschleimt. Ja, auch das mit Together We Rule kommt das hier rein. Ich meine, das ist ein bisschen später zu zeigen, aber ich sage einfach mal, okay, das ist ein neues Feature. Hier, dann nehmen wir wissenschaftliche Zusammenarbeit, gibt uns sechs Forschungen. Warum nicht? Kann man jetzt am Anfang auf jeden Fall gut gebrauchen. Ich meine, wir haben schon 65, aber 10% dazu. Warum denn nicht? Weil wir auch genug Ressourcen haben, können wir eigentlich alles machen. Punnel-Sharter bringt uns nichts. Weil wir können nichts kaufen. Die haben bisher noch nichts. Ich weiß auch gar nicht, ja, die haben noch nur strategische Ressourcen hier. Das wird auch erstmal, glaube ich, nicht viel werden. Von daher werden wir erstmal auf die anderen Sachen hier schauen und gucken, ob wir da was Besseres finden. Den Söldner brauche ich momentan auch nicht. Wie gesagt, ich baue jetzt hier die, unsere Streitwagen und bevor wir aufs Wunder gehen und werde dann gleich mal blau mal besuchen. Mal gucken, wie das so aussieht, wenn wir die besuchen. Ob wir die damit dann einfach mal überrennen. Ich habe ein bisschen Angst, dass es nachher nicht klappt, aber theoretisch müssten die schon extrem stark gegen die sein. Nur manchmal hat die KI halt ein paar Stacks mehr. Da muss man halt schauen, ob das dann so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Woran man auch mal denken muss, habe ich ganz vergessen, auch Handel betreiben natürlich. Eine ganz wichtige Sache, dass ihr das tut. Wir können jetzt hier zum Beispiel umfassend Handel jetzt annehmen und dann könnten wir uns auch hier strategische Ressourcen nehmen, sonst können wir Luxusressourcen einfach kaufen. Wir müssen immer darauf achten, wie viel kostet das jetzt an den Unterhalt. Hier seht, das kostet 17 und dann könnt ihr mal schauen, sind das immer die gleichen Werte. Bei manchen, glaube ich, kostet es was mehr. Hier wären es jetzt aber alle 17. Eine gute ist ja die Sehzahl. Das ist schon sehr stark, einfach nochmal massiv Wissenschaftler zu bekommen. Auch mal eigentlich jetzt nicht so sehr, aber sowas wie halt plus zwei Prozent Industrie oder für uns sogar noch wichtiger, zwei Industrie pro Arbeiter. Das ist schon sehr stark. Das können wir uns auf jeden Fall mal leisten, dass wir das mal mitnehmen. Das ist gar nicht so schlecht. Können wir hier auch nochmal gucken, ob wir hier sowas bekommen, dass wir das maximieren. Ach, Entschuldigung, das war schon, glaube ich, der den wir schon hatten. Welchen hatte ich jetzt noch nicht? Dich hatte ich noch nicht. Hast du? Nee, du hast Salz und Safran hast du. Nahrung wäre bei uns auch nicht schlecht, weil wir halt tatsächlich nicht so viel Nahrung haben. Und jetzt leider, und das ist ja auch, was ich bei HumanCard nicht so cool finde, für jede Einheit, die ich ja jetzt baue, bezahle ich ja eine Bevölkerung. Das ist so teuer. Das heißt, unsere Hauptstadt ist jetzt erstmal komplett, ja, handicapped. Das kann halt wirklich jetzt nicht mehr viel tun, weil wir einfach alle Einheiten oder alle Bevölkerung verlieren. Sehr nervig. Ja, wollen wir jetzt einfach mal im Blau von seinem Leiden erlösen, würde ich sagen. Das heißt, wir erklären jetzt den Überraschungskrieg. Damit mögen uns die anderen zwar nicht mehr so sehr, aber ich hoffe, das sollte okay sein. Sonst löschen wir die auch aus. Ist für mich, ehrlich gesagt, auch fein. Ich finde es mal ganz nett, in HumanCard mal so überlegen zu sein, da habe ich auch nichts gegen. Ja, und dann können wir angreifen. Wir würden natürlich ordentlich dann auf die Mütze bekommen. Ja, kann man auch nicht viel gegen machen, natürlich. Das auf die Mütze bekommen, ist ja ganz klar. Wichtig ist, ihr könnt mit den Pferdchen nicht die Stadt erobern, weil, keine Ahnung, man kann mit Pferden nicht über diese Holzparalisaden gehen. Die Position ist auch, ja, extrem bescheiden, kann man schon sagen. Aber wir können sie eigentlich ganz gut umrunden. Also ist das jetzt nicht. Na gut, außer sie blockieren uns halt den komplette Weg. Dann vielleicht auch wieder nicht unbedingt. Das Pferdchen könnt ihr jetzt, ihr seht, das Pferd kann nicht hier rüber angreifen, was extrem ätzend ist. Und ich habe auch keine Ahnung, warum das so ist. Aber wir seht, wie viel Schaden unsere Streitwagen machen. Das ist schon enorm. Das heißt, wir würden den auch nach hier bewegen. Dann müssten wir den nämlich hier hinbekommen. Besten wäre nicht, wenn wir den erstmal töten können. Können wir aber nicht. Ja, und dann werden wir ja erstmal die ganze Sache aufmobben. Ich muss gucken, das ist ein bisschen, ja, Schachspiel, weil wir halt, wie gesagt, die Belagung hier nicht wirklich durchführen können, so wie man sich das wünschen würde. Ihr seht ja, ich kann hier nicht mit meinem Pferdchen angreifen, sonst hätten wir eigentlich schon gewonnen. Dann wären wir ja schon durch. Das Gute ist, die KI hat der Bock, sich selber umzubringen. Von daher passt das ja. Und es ist mir eigentlich auch egal, wenn wir mal verlieren. Er hat zwar nicht unbedingt das Schönste, aber ihr könnt sehen, wie weit wir mit unserem Pferdchen abbauen können. So, und dann kann das andere Pferdchen einfach hier einmal massiv in deren Rücken reinfallen. Und ja, ihr seht, wie der Kampf läuft. Das wird ein Massaker, sag ich mal. Finde ich ganz gut. Ich weiß aber auch nicht, was Blau da gemacht hat. Also ich glaube, das ist schon sehr beeindruckend, wie wenig Mühe sie sich gegeben haben. Aber gut, soll nicht unser Problem sein. Ich bin ganz froh, mal so eine jungen KI so richtig schön im Boden zu stampfen. Vielleicht haben sie sich ja auch noch irgendwo hinten auch ausgebreitet. Und damit haben wir auch schön den Militärstern noch bekommen. Und wir haben dieses Gebiet hier gewonnen, obwohl wir noch nicht die Stadt eingenommen haben, warum auch immer. Doch, haben wir aber, oder haben wir nicht? Doch, haben wir. Ja genau, es ist noch erobert. Wir müssen jetzt noch beim Krieg gucken, dass wir das überhaupt gewinnen dürfen, weil das ist ja so ein bisschen schwierig bei diesem... Na, ihr seht's. Wir können jetzt keine Kapitulation erzwingen, weil... Äh, genau. Weil er super viel Kriegsunterstützung hat. Aber haben wir ihn eigentlich jetzt gerade einfach in den Boden gestampft. Aber nein, ihr könnt jetzt nicht einfach den Krieg beenden, obwohl er jetzt tot ist. Also er ist ja eigentlich weg. Den gibt's ja nicht mehr. Das ist leider ein bisschen zäh. Okay, wir können aber da nächste Runde Kapitulation erzwingen. Ich wollte schon sagen, äh nee, ich will keinen Vasall, das bringt mir gar nichts. Ich will das Ganze behalten. Du kannst mir das Geld geben. Und dann bist du hoffentlich einfach raus aus dem Spiel. Oder wie es beim Spiel nun mal so ist, werden wir wahrscheinlich eher den Fall haben, dass da irgendwo ein Speer rumläuft und der sich noch versucht, irgendwo ein Gebiet zu erobern, was ein bisschen nervig ist. Aber gut, es soll uns jetzt nicht Probleme bereiten. Wir haben halt die Stadt erobert. Das ist das Wichtigste. Hoffen, dass wir die über die See jetzt ausbreiten können. Oh, und damit ist Blau doch besiegt. Es hatte wohl nichts mehr übrig. Es war halt wirklich dieses... Ich weiß nicht, was der gemacht hat in den zwölf Runden. Also das ist ja noch kein zweites Gebiet. Das habe ich noch nie gesehen. Aber gut. Leider, leider ist er damit tot. Und damit fällt die erste KI für uns in den Staub. Was natürlich eine sehr schöne Sache ist. Und wir können jetzt in den nächsten Zeitalter gehen. Ich habe genug Sternen. Vor allen Dingen müssen wir jetzt weitergehen, weil wir viel zu viel Forschung haben. Wir sind mit allen Forschungsgebieten fertig und sitzen jetzt hier halt rum. Ich sehe es auch, wir haben zu viele Städte. Müssen wir auch noch mit bearbeiten, weil sonst kriegen wir natürlich ganz viele negative Sachen, was total ätzend ist. Aber ja, müssen wir irgendwie erhöhen. Ich will das jetzt nicht als irgendwas abgeben. Was ich machen könnte, wäre halt zerstören und als Gebiet in unsere Hauptstadt integrieren. Ich glaube, das werde ich auch tatsächlich machen. Ich weiß, das wirkt wahnsinnig. Problem ist aber, ihr seht, das ist jetzt auch noch nicht aufgebaut. Ihr müsst den ganzen Schrott noch aufbauen. Aber das rebelliert halt die ganze Zeit. Das heißt, im Endeffekt gewinnt ihr dadurch gar nichts. Deswegen zerstöre ich diese Stadt. Es ist auch schön, dass wir das nicht machen könnten. Früher musste man immer mit seinen Einheiten sich da hinstellen und die tatsächlich abbrennen. Was ich auch ein bisschen, naja, komisch fand. Ja, und wir werden uns dann nächste Kultur nehmen. Leider ist Maya schon vergeben. Maya ist extrem stark. Einfach wegen zwei Industrie pro Arbeiter schon alleine. Das kann schon sehr viel. Schauen wir uns mal, was wir nehmen. Ja, die Stadt zerstört und jetzt können wir angehen. Und wir haben unseren Tempel als Feier noch befertigt. Ihr seht, wie schön er aussieht hier. Wunderbärchen, mehr Glaube, ultra viel Stabilität. Also unsere Stadt kann hier machen, was sie will. Müssen auch bald mal richtig viele Distrikte rauspumpen. Und wir werden hier noch, bevor wir ins neue Zeitalter gehen, das ist noch ganz wichtig, das anfangen zu bauen, weil ihr könnt ja, sobald das Zeitalter vorangeschritten ist, nicht mehr das Ganze bauen. Ich habe mir überlegt, dass wir tatsächlich mit den Griechen vorangehen. Einfach nur aus dem Grund, weil wir dann Wissenschaftler sind. Dann können wir nämlich eine Epoche weiter forschen. Das ist eine der besten Sachen, die es gibt. Weil wir halt so viel Forschung haben, werden wir das auf jeden Fall auch gut nutzen können. Momentan wasten wir ja richtig viele Wissenschaft. Und hier könnten wir halt nochmal ordentlich weiter forschen. Und hoffe, dass sich das lohnt. Sonst hätte ich halt die Kelten überlegt. Die Kelten sind halt immer super, weil einfach super viel Nahrung bekommt, damit das Wachstum halt gefördert wird. Ich glaube, das kriegen wir aber auch so hin. Von daher würde ich eher auf die Griechen zielen. Ja, und dann gehen wir auf die Griechen. Wie gesagt, das ist, glaube ich, das Sinnvolle, was wir machen können. Wir haben jetzt das Distrikt einmal angebaut. Dann verschwindet der nicht plötzlich aus eurer Liste. Können auch nicht wassern. Und dann gucken, dass wir das auch noch regeln. Und dann sind wir im nächsten Zeitalter. Das Quatsche hören wir uns nicht an. Aber ihr seht, wir können neue Wunder, weil wir halt noch immer so viel Einfluss haben, beanspruchen. Und wir können jetzt endlich wieder forschen, was natürlich ganz zentral ist. Denn das hat man bisher nicht in der Philosophie direkt holen, um uns die Forschungsviertel zu holen, was ganz cool ist, um eben unsere Strategie voll durchzuforschen, voranzubringen und vielleicht auch wirklich die KI dann einfach nachher umzuhauen. Denn momentan sind wir natürlich auch weit vor, wenn es jetzt um Forschung geht. Das sollten wir auch weiter ausbauen. Das heißt, wir bauen erst mal auf die Philosophie und gehen dann direkt auf Verblieben und weiter starke Einheiten, damit wir vielleicht die nächste KI überrennen können. Denn, ja, warum denn nicht, ne? Sag ich mal. So, wir sind ein bisschen weiter. Wir bauen das Museum von Halicarnassus, oder Mausoleum, Entschuldigung. Es gibt uns 30 Forschungen hier, weil pro Bezirk auf Stadt gibt es zwei Forschungen. Lächerlich. Also wir forschen uns gerade durch. Übrigens auch wieder ein Kritikpunkt, den ich auch wieder gerne erwähne. Man muss ja, sobald man ein neues Zeitalter ist, hier wieder jeden dieser besonderen Distrikte durchbauen. Das heißt, es passiert halt nicht so viel Spannendes. Wir bauen in jeder Stadt, also den beiden, die wir haben, einfach diese ganzen Amphitheater und mehr erstmal nicht. Ja, und halt mal ein Bauernviertel zwischendurch und dann das Weltwunder. Und ich habe uns ein paar Hopliten gebaut, die ja mehr Bonus kriegen, wenn sie nebeneinander stehen, was ziemlich cool ist. Und ich habe mir gedacht, wir könnten einfach grün umhauen. Ich habe nicht unsere Religion so gepusht, dass wir immer, oder durch eine Verordnung, so gepusht, dass wir immer ein Groll kriegen gegen Leute, die andere Religion haben. Und das haben die einfach. Und das finde ich nicht okay. Deswegen können wir denen jetzt auch mal einen gescheiten Krieg erklären. Das wäre kein Problem. Und könnten dann die einen, die nicht so schwach sind, wie jetzt beim anderen, das ist ganz klar, wir haben assyrische Reiter gegen uns, was nicht so schwach ist jetzt, wie man es vielleicht meinen mag. Das heißt, wir könnten jetzt da den Krieg jederzeit erklären. Wir müssten uns das überlegen, ob wir das machen wollen. Ich denke aber, warum nicht? Und unsere Speer werden dann langfristig halt hier mal schön, mal schön hier über die See gehen, wenn ich dann irgendwann, okay, wenn ich dann irgendwann mal die Forschung erforscht habe. und dann würden wir den zweiten angreifen. Übrigens haben die sich wieder den Krieg erklärt, die beiden. Also die haben sich auch ganz besonders lieb. Kann ich auch verstehen. Die wollen sich halt irgendwo natürlich einen Vorteil gewinnen oder Vorteil ergreifen. Sind auch die beiden stärksten. Die Grüne ist, der Grüne ist auch eher schwach, schwächer zumindest, als die anderen beiden. Ich weiß nicht, warum der hier nicht die einfach diese ganze Karriere umhaut, also die neutralen Völker. Mit denen sind wir auch relativ gut verbündet. Können wir bald auch zu Satelliten starten machen, was vielleicht auch noch ganz nett sein kann. Ja, die Blutlust, Blutlust oder Blutdurst greift mich. Von daher, haben wir einfach Krieg, Krieg erklären. In diesem Spiel ist ja auch relativ, ja, angenehm. Man muss nicht viel dafür tun. Man sagt einfach, ja, ich breche alle Verträge und dann mag ich dich nicht mehr und ja, dann greift man auch schon an. Ihr seht natürlich, wir müssen diese Reiter angreifen in der Stadt. Das wird also schon ein ziemlich heftiger Kampf. Keine Ahnung, ob wir das gewinnen können. Müsste möglich sein, weil wir halt mit den Hopliten auch sehr starke Einheiten gegen Pferde halt haben, also Kavallerie haben, was uns halt eine Möglichkeit gibt, das eigentlich ganz gut hinzubekommen. Wir müssen gucken, dass die Hopliten gut zusammenstehen. Also am besten wäre eigentlich, wenn wir die hier positionieren. Ja, und so sieht das Ganze, mein Gott, geh nicht immer raus, das Ganze aus. Wir können hier schon mal diese kleineren Einheiten, sag ich mal, wegfrühstücken, können wir trotzdem hier machen. Das sollte gar kein Problem darstellen. Wichtig sind halt die Pferdchen nachher, die da in der Stadt sind, aber unsere Pferdchen werden erstmal, ja, und ich sag immer Pferdchen, ich ziehe das durch, werden erstmal die kleinen Einheiten hier einfach ausradieren, damit wir die ganzen Milizeeinheiten schon mal los sind. Wie gesagt, schwierig sind halt die Pferdchen. Warum können wir das nicht angreifen? Ist der Ernst noch ein Berg? Das habe ich nicht gesehen, aber das mag ich auch manchmal nicht. Gut, ich weiß, ich rente hier viel zu viel, aber guck mal, da ist anscheinend ein Berg. So eine Klippe, die sieht man gar nicht, aber sie ist irgendwie da, was ich halt extrem unangenehm finde. Das heißt, unsere Hopliten stehen da jetzt einfach nur dumm rum und können nichts machen. Finde ich extrem ätzend. Gut, andererseits, die Asylischen Reiter jetzt auch, aber der Bogenschütze, der ist halt das Problem. Den habe ich auch gar nicht gesehen, hätte man angreifen sollen. Ja, den kann ich angreifen, aber Befestigungsanlage, erhöhtes Gelände, der ist, okay, also das ist eine Klippe, aber hier ist erhöhtes Gelände, sehr merkwürdig. Ich lasse sie einfach mal verteidigen, dann werden wir wahrscheinlich jetzt gleich was verlieren, aber wir können die eigentlich relativ gut nachproduzieren. Nichts das große Problem. Aber jetzt seht, es klappt eigentlich ganz gut. Wir müssen halt diesen blöden Bogenschützen auslöschen. Das heißt, ich werde einmal nach hier gehen, den einmal auslöschen mit dem und werde dann den Bogenschützen hier angreifen, damit wir hier auch den, oh ja gut, nicht auslöschen tatsächlich, hätte ich eigentlich schon mitgerechnet. Aber hier haben wir schon mal mehrere Einheiten getötet, das heißt, wir werden auf jeden Fall hier den Kampf gewinnen können. Ich würde halt gerne den Hopliten da irgendwo hinbewegen, ne? Das heißt, du musst dich jetzt leider mal verpieseln, da? Und du kommst hier nicht rum, ach, weil du gebunden bist, ne? Wie nervig ist das denn? Komm, alles drauf, da ist mir jetzt auch egal, ey. Machen halt tot. Das ist ja echt nervig. So, jetzt sind die dran. Okay, Bogenschütze. Und jetzt können wir mal beiden verlieren, kann gut sein. Ist aber wie gesagt nicht schlimm, wir können die so gut nachproduzieren, das ist vollkommen in Ordnung momentan. Wir sind da wirklich in einer absolut luxuriösen Position. So, und jetzt können wir mit unserem Hopliten rein und können auch, können wir schon angreifen? Ja, können wir. Also ja, dann erzählt er mal, die Reiter werden halt komplett aus dem Leben geklopft. Sehr, sehr gut. Das heißt, wir gewinnen hier auf jeden Fall. Wird wohl erst nächste Runde sein, aber ganz ehrlich, wer interessiert es? Wir werden die komplett wegknödeln. Ja, und damit töten wir den letzten Soldaten. Die sind einfach drauf gestürmt, das heißt, in der nächsten Runde könnten wir es einfach einnehmen. Und damit haben wir Asur. Wir dürfen jetzt auch drei Städte haben, das heißt, wir können uns diese Stadt einnehmen, was natürlich eine schöne Stadt ist. Wir haben zumindest zwei Gebiete, was ja ganz okay ist. Und wir können auch ein drittes Gebiet hier oben noch langfristig erobern, falls wir es nötig haben. Oder wir töten halt einfach alles. Ach nee, wir kriegen auch das Gebiet hier direkt geschenkt, weil er hier das abgegeben hat, weil er den Grollen nachgegeben hat. Ich hatte einfach mal immer gefordert, gib mir einfach alles. Und er hat tatsächlich, er hat tatsächlich hier ein Gebiet abgegeben, was ich sehr interessant finde. Damit können wir ja unsere Stadt hier, Fengao, keine Ahnung, ob es richtig ausgesprochen wird, erweitern, oder wir können halt Asur erweitern. Das ist auch ganz cool. Aber wir kriegen auch nur ganz, ganz, wie soll man sagen, balancierte 2100 Kriegsreparationen dafür, dass wir sie töten. Das ist auch eine Mechanik, ey, für die Götter, wirklich. Also wir kriegen wirklich 2100 Gold oder Geld dafür, dass wir sie töten. Das ist einfach so krank. Also Wahnsinn. Ja, sonst wieder, wie immer das Problem, wir müssen hier wieder alles von Null aufbauen, was immer extrem, extrem ätzend ist. Es geht, glaube ich, nochmal, die Stadt sollte eigentlich relativ stabil sein. Manchmal lohnt es sich wirklich, wenn ihr diese Forschung hier habt, das kann ich euch nochmal empfehlen, jetzt wenn wir eh schon ein paar Minuten drin sind, hier auf Feudalismus zum Beispiel zu gehen, die Stadt wirklich zu zerstören und dann das Koloniemodell, was ja hier erweitert ist, reinzubauen, weil dann kriegt ihr schon mal die ersten Infrastrukturen durch. Dann braucht ihr nicht noch 30, 40, 50 Runden, nur um Müll zu produzieren. Ansonsten, Vorstell, ihr seht schon, ich bin auf einem sehr passiven Modus aus. Eigentlich können wir auf Ritter gehen, tatsächlich. Machen wir das so, ja, genau, auf Ritterlichkeit. Aber ich bin sehr passiv, also ich will hier überhaupt nicht die ganze KI einfach mal kurz aufräumen. Nee, überhaupt nicht. Die neue Welt wird gar nicht entdeckt, weil unser Kontinent im Blut ertrinkt, aber ist ja auch mal eine ganz nette Wandlung, würde ich sagen. Ja, wie angedeutet, Rom ist damit auch gefallen. Zum Glück, Rom kann dann gut stark werden, die hatten ja schon fünf Einheiten, wir haben noch nicht fünf Slots. Das heißt, die haben natürlich da einen Vorteil, von da ist schon gut, dass wir die schon mal weggemacht haben. Und ihr seht, oh, ich hätte nicht gedacht, dass das Lila gewinnt. Ach du, Herr Jemini, Lila hat tatsächlich Orange ausgelöscht. Mein Gott, das ist aber echt ein blutiger Kampf. 92. Runde und wir sind gleich nur zwei Leute übrig. Also Orange müsste jetzt auch schon tot sein, wenn ich das richtig sehe. Und er hat sich sogar, nee, Orange hat sich hier noch weitergebaut. Guckt euch das mal an. Die sind tatsächlich auf den Next Continent gegangen. Das heißt, Orange ist tatsächlich noch vorhanden. Uiuiui, das wird aber nervt, die dann auszulöschen. Aber wir können natürlich erstmal hier unseren Kopader auslöschen. Der wollte übrigens schon ein Bündnis mit uns haben. Der hat auch, glaube ich, am meisten Armeen. Er hat zwei Stacks. Das ist auf jeden Fall spannender jetzt als die Kämpfe, die wir bisher gesehen haben. Ich glaube, wir sind ein paar Runden weiter und wir haben unsere Religion um upgraded. War nichts ganz Besonderes. Wir haben einfach noch mehr Forschung, wie ihr hier sehen könnt. Ist jetzt nicht zu erwähnenswert. Das Video ist, ich konnte einmal eine Forschung von uns durch, eine Forderung von uns durchsetzen. Das heißt, wir haben hier dieses Gebiet noch bekommen. Ich versuche jetzt mit unseren Einheiten auch die anderen Gebiete zu erschließen, wie hier oben. Aber es ist tatsächlich einfach nur eine Insel. Also es ist tatsächlich so, dass da hinten wohl der neue Kontinent ist. Aber es scheint trotzdem recht lukrativ zu sein, um ehrlich zu sein. Und die Frage, ob es hier am besten wäre. Ja, ich denke, wir setzen das einfach hier hin. Auf Gefiffen, dann haben wir nämlich hier das ganze Gebiet auch für uns und können hier nochmal Asur erweitern. Hier gehe ich genauso weiter. Ja, und ich warte halt mit dem Angriff noch auf die Forschung. Das kostet allerdings sehr viel dafür, dass wir eigentlich so viel Forschung haben. Ich bin jetzt auch nicht auf Ritter gegangen, weil das einfach noch länger dauern würde. Und wir haben gleich unser nächstes Weltlund. Das müsste uns auch nochmal einen ordentlichen Forschungsvorsprung geben. Mein Gott, dieses Nerve. Das würde uns dann nochmal einiges nach vorne bringen. Können wir jetzt hier nochmal kurz zusammen sehen. Hier gibt es uns 100 Ruf und 30 Forschung. Das heißt, wir hatten irgendwie 210 vorher, jetzt haben wir 365. 365. Okay, das ist natürlich noch krasser. Können wir das auch irgendwo sehen hier. Wo ist es denn? Das Talika. Na ja, wird hier leider nicht angegeben. Da müsste man jetzt in die Stadt hineingucken. Aber es waren 30, als ich gebaut habe. Kann sein, dass es noch mehr geworden sind, weil wir mehr Distrikte gebaut haben. Irgendwann ein sehr guter Boost. Ich hoffe, dass wir damit dann den Krieg dann auch langsam beginnen können. Ihr habt auch die Stadt zurückgegeben. Kann ich nicht verstehen. Dieses Kriegssystem ist ja auch manchmal etwas merkwürdig. Eigentlich hätte er das ja sofort behalten können. Das heißt, den können wir ja gleich komplett aus dem Leben klopfen. und dann bleibt ein Orange. Ich meine, der hat hier hinten noch ein Gebiet. Der wird ja nur eine neue Stadt gründen, aber das ist jetzt doch einfacher als gedacht, weil er im Orange die Stadt nicht abnehmen konnte. Sehr merkwürdig. Okay. Lila ist nochmal einfach zurückgewichen, obwohl er eigentlich der zweitstärkste ist und hat mir noch ein Gebiet überlassen. Also, der hat auf jeden Fall keinen Bock mehr auf Gebiete. Also, ich mache einfach random mal so, ups, ab und zu diese Forderung. Ja, gib mir mal alles, was du hast. Ja, und er gibt halt auch nach. Ihr seht es, obwohl der Krieg eben gewonnen hat eigentlich, also die Stadt übernommen hat und die war auch bis zum Ende für ihn, hat er jetzt noch das Gebiet und dieses abgetrennte Gebiet. Das war es mit ihm eigentlich. Schon ohne Krieg. Ansonsten forsche ich hier noch auf zumindest einen Slot mehr und ein bisschen Langschwertkämpfer. Dann sollten wir ihn auch einfach komplett überrennen können. Vielleicht wurde er auch tatsächlich so zerquetzt, weil ich sehe hier gar keine Armee mehr. Von daher, ist ja auch die Sache, kann auch sein, dass er einfach nichts mehr hat. So Leute, es ist soweit der nächste Krieg über Zerstörnungslilam. Also zumindest versuchen wir es. Wir müssen noch denken, dass wir natürlich da hinten ein Gebiet nicht so schnell einnehmen können, weil das irgendwie am Popo der Welt ist. Wir werden erstmal diese Armee angreifen. Wir werden natürlich dann auch gegen die ganze Geschichte hier angreifen müssen. Ganz ehrlich, man müsste da eigentlich nichts sterben lassen. Die würden mir jetzt einen Pekingier töten. Könnten wir eigentlich annehmen so. Ja, sonst kämpf ich es mal ganz kurz. Ja, ich habe genauso eine für eine verloren, weil ich zu sehr reingestürmt bin. Von daher, passt das schon. Dann haben wir es zumindest in einer Runde locker geschafft. Aber haben halt trotzdem Pekingier verloren. Würde uns jetzt nicht umbringen, aber damit ist auch Lila so gut wie weg. Wir haben noch hier Trodde und das war es dann eigentlich schon. Dann haben wir alles, was wir von dem bereuchten und hätten noch einen Gegner, der die ganze Zeit versucht mit uns Allianzen zu schmieden. Junge, das wird nicht gern zu passieren. Wir werden auch schon aus der Spätintike rausgehen können, schon. Und werden aber das noch nicht ganz zu tun, weil wir noch genug Forschung haben. Solange man diese Forschungskulturen hat, kann man sich wirklich extrem viel Zeit lassen. Ich meine, so oder so kann man das ja, wenn man einen guten Vorsprung hat. Sonst werden halt bestimmte Kulturen weggepickt. Da aber nur zwei Leute da sind, ist mir eigentlich egal, was ich danach bekomme. Das passt schon alles. Wir dürfen aber jetzt keine weitere Stadt haben. Das heißt, ich muss diese Stadt auch tatsächlich dann löschen, wenn ich sie einnehmen kann. Wir müssen aber auch erstmal nach hier hinten noch die letzte Geschichte auslöschen. Okay, das wird nichts, denn die haben tatsächlich den ganzen Kontinent, guckt euch das an. Deswegen seht ihr, was passiert, wenn normalerweise der Kontinent größer ist. Halleluja. Den ganzen Kontinent eingenommen. Der hat hier tatsächlich hier unten eine Stadt und hier oben eine Stadt. Orange hat ihnen jetzt das Gebiet hier weggenommen, aber er hat vier Städte hier stehen. Das ist echt unfassbar. Und ja, wir kommen da erstmal nicht rein. Ich wollte ja durchs Wasser gehen, oder schwimmen dann eben. Das ist unmöglich, weil wir einfach so langsam sind. Bis wir da hinten sind, muss der Orangen ausgelöscht haben. Das bringt halt leider nichts. Es ist natürlich echt bitter, dass sie diesen Kontinent jetzt bekommen haben. Das heißt, der wird jetzt auch noch schön mal in meinen Hintern getreten. Gut, andererseits bin ich natürlich sehr, sind wir sehr, sehr stark. Aber ich hatte eigentlich schon gehofft, dass wir die jetzt auslöschen können. Wird aber nicht möglich sein. Wir können jetzt natürlich auch keine Frieden machen. Ihr kennt das ja, weil ja, dafür müsste ich ihn jetzt weiter schädigen. Er hat natürlich die Stadt verloren. Das heißt, es dauert nicht lang. Irgendwann wird uns das hier gehören. Ja, ist ein bisschen sehr, sehr lästig. So, der Krieg ist beendet nach x Runden später. Das heißt, wir erzwingen die Kapitulation und wir wollen natürlich auf jeden Fall Biblos haben. Oh Gott, das ist die Frage, genau. Gebt Biblos, richtig. Und ich würde ihn auch gern als Vasall haben. Das ist aber nicht möglich. Ich könnte ihn als Vasall haben, wenn wir eben dann Biblos nicht kriegen. Bisschen schwierig, aber ich glaube, wir machen das so, weil dann haben wir ihn ja schon mal in der Tasche sozusagen. Machen wir doch. Dann ist er jetzt unser Vasall. Und er kann jetzt auch nicht irgendwie sich lösen oder so. Das ist ganz gut. Das heißt, ich kann da überhaupt nichts machen. Wir sind jetzt miteinander von wo? Also er kann nichts machen, so muss man sagen. Wir können jetzt sehen, wo er ist. Er ist, ach, er hat sich ganz hinten in der Ecke festgesetzt. Ihr seht, das ist ein riesiger Kontin, der ist viel größer, eigentlich viel größer, aber doch wohl doch schon deutlich größer als unser Standard-Kontinent, den wir hatten. Deswegen kann sich natürlich hier der Orange bis zur Unkenntlichkeit ausbreiten, mit seinen mittlerweile fünf Städten. Der hat auch den lilanen Diesel-Stadt noch weggenommen. Aber gut ist halt, jetzt ist dann natürlich unser Vasall. Das ist doch gar nicht schlecht. Das konnten wir zwar biblisch nicht halten, aber ja, im Endeffekt ist es nicht schlimm. Wir müssen jetzt hier nochmal schnell hin ein bisschen Fuß fassen, damit wir da auch noch was an Städten bekommen und die sich nicht alles einrauben und damit wir auch den Orangen von zwei Seiten nachher angreifen können. Das ist dann doch schneller eskaliert. Ich dachte, Orange greift uns tatsächlich an, hatten uns hunderttausendmal gefragt, ob wir verbündet sein wollen, weil er riecht langsam da mit seinem ganzen Kontinent, den er erobert hat, natürlich sehr stark. Also ihr seht es, das ist ordentlich, was er hier hat. Unser Vasall breitet sich weiter aus, was ganz gut ist für uns. Aber wir werden jetzt auf jeden Fall den Krieg erklären müssen. Er hat sich auch die Forderung abgelehnt, hat uns wie gesagt auch hier angegriffen. Er hat jetzt aber nicht die dicksten Einheiten, deswegen sollten wir eigentlich ganz gut durchkommen. Das ist nicht genau, warum er uns jetzt angreift, warum er überhaupt wagt, uns da anzugreifen, keine Ahnung. Aber ja, das heißt, wir werden jetzt hier, weil wir müssen sonst die Forderung zurückziehen, werden wir jetzt hier den Krieg erklären und ihn dann halt damit unter Druck setzen, sag ich mal. Wichtig ist natürlich, wir haben immer das Problem, dass wir gleichzeitig ziehen mit der KI. Das kann immer so ein paar Schwierigkeiten darstellen. Und wir müssen jetzt ein bisschen was auf Militär auch ausrichten dann, damit wir auch wirklich hier unten genug Verteidigung haben, damit er uns hier nicht irgendwie überrennt oder sowas. Das wäre halt ein bisschen ärgerlich. Deswegen werden wir hier auch noch ein bisschen was umstellen, weil wir halt auch, ihr seht, noch immer die Amphitheater bauen. Das ist so ätzend. Aber ja, da können wir nicht viel dringend machen. Ja, wir werden erstmal Richtung Tikal hier walzen. Da ist richtig viel gegen. Ihr seht schon, die ziehen sich ziemlich zurück. Die werden natürlich auch gegen unseren Vasallen her kämpfen müssen. Aber wir werden erstmal dagegen durchgehen und schauen, dass wir hier den ersten Kampf gewinnen. Aber der zieht sich auch schon zurück. Das heißt, wir können die Stadt einfach angreifen. Das sollte ganz gut funktionieren, wobei die natürlich die Verstärkung haben. Da muss man dann denken, ihr seht ja hier, die Verstärkung kommt noch. Und die haben irgendwie hier Schleicher stehen. Warum auch immer, die hier irgendwelche Schleicher stehen haben. Ja, und dann haben sie halt noch Bauern. Das wird nicht ganz so einfach, wie man jetzt meinen mag, weil eben diese komischen Zufalls- oder geheimen Einheiten noch dazukommen. Sollte aber möglich sein. Und so sieht das Ganze aus. Wir können hier schon mal die Bogenschützen wegmachen. Dann wird unser Armbruchsschütze hier in Freiheit oder halt in Problemen geraten. Aber wir können dann nachher mit dem noch rübergehen. Und da nehmen wir natürlich jeden Tod oder jeden Kill mit, den wir kriegen können. Leider können wir auch hier nicht rum, weil uns da alles so im Weg steht. Wir können nach oben schießen. Wichtig ist natürlich eigentlich, das hier einzunehmen. Wenn wir das halt geschafft haben, dann sind wir eigentlich ja im Prinzip schon durch. Ich würde einmal mit denen nach da oben gehen, damit wir da ein bisschen was Druck ausüben können. Die Schleicher sind auch nicht so stark, die Schleicher. Das passt schon eigentlich ganz gut, weil wir eben diese extremen, das kann ich dann nicht treffen, okay? Diese extrem starken, wie heißen sie jetzt nochmal? Ich kann sie nicht aussprechen. Sanche, sage ich mal, haben. Die halt durch die Moral noch oder die Stabilität noch gebufft werden. Davon haben wir sehr viel. Einmal hinten in die Flanke rein nochmal, zack. Auch nicht schlimm, wenn wir da jetzt mal was verlieren sollten. Und wir versuchen jetzt mit dem hier, also die Pferdchen sind nicht immer sehr schnell. Und ja, kommen wir jetzt auch nicht mehr dahin, weil wir jetzt die weggenommen haben. Ärgerlich. Ich hatte eigentlich gehofft. Es gibt keinen Weg zu diesem Ziel, okay? Ja, aber wir können mit dem noch da. Dann haben wir hier hinten natürlich noch was, was uns in den Rücken fallen kann. Trotzdem mache ich das, weil wir halt die Ambruchschützen auf jeden Fall schützen müssen. Ganz entscheidend ist, dass wir die nicht irgendwie verlieren. Die Frage ist, ob ich jetzt den nach oben setzen soll noch. Hier kann ich nochmal hochgehen. Schwierig, schwierig. Also an sich müssen wir ja die hier brechen, aber das sind halt nicht die stärksten Einheiten. Ich glaube, das Stärkste ist hier oben, dass dann haben wir auch eine ganze Armee, die wir da vernichten können. Hier blockieren wir auf jeden Fall schon mal den Spawn, damit hier nicht dann noch der extra Reiter rein kommt und in die Flanke fällt. Das ist schon mal ganz in Ordnung. Wichtig ist, den Bogenschützen auszulöschen oder den adligen Speerwerfer. So, das haben wir geschafft. Wir haben unsere Armbruchsschützen auch in Sicherheit gebracht. Die dürften nicht mehr attackiert werden können. Sind wohl jetzt nur nicht hier reingegangen. Das heißt, der Kampf wird natürlich etwas länger dauern. Aber im Endeffekt sollte das, glaube ich, besser sein, weil wir da einfach ein bisschen mehr Defensive haben. Die greifen uns ja an. Die KIs normal sind immer so geschaltet, dass die auch rausläuft. Das heißt, die verlieren ja eigentlich alles und wir können uns entspannt zurücklehnen. Nach hinter uns sind auch noch Schiffe, wie nervig. Das heißt, wir müssen jetzt auf jeden Fall die Flagge einnehmen. Ihr seht, die greifen uns an, was natürlich ein absoluter Fail ist, weil die ja die Verteidigungspositionen eigentlich haben. Die sollten uns niemals angreifen. Ich kann leider den hier nicht attackieren. Ich glaube, das ging nur noch hier unten. Das ist natürlich, na hier geht es auch. Eine Möglichkeit, dass wir hier angreifen. Wir können auch die Schiffe attackieren, aber lohnt sich nicht so wirklich. Dann mit dem hier würde ich schon mal hier reingehen wollen. So langfristig zumindest. Und ja, ansonsten werden wir hier schon mal das beseitigen. Pferdchen, die können natürlich wie immer nicht, ihr wisst es ja, hier reingehen. Das ist immer das große Problem, wenn man zu viel Kavallerie hat. Finde ich auch ein bisschen komisch, dass sie das überhaupt nicht können. Aber gut, können wir ja nichts dran tun, würde ich sagen. Auch wenn es ein bisschen albern ist. Ich könnte jetzt hier auf die Flagge gehen. Wir haben jetzt hier mit den Mampus-Schützen beseitigt. Wir werden auf jeden Fall Schaden bekommen, deutlich auf den Mampus-Schützen. Da kann es sogar sein, der stirbt. Ich glaube, wenn ich den Pekingierber reinschicke, wird der genauso sterben. Das ist halt echt das Problem mit dem blöden Pferdchen. Wir kommen halt mit denen nicht in irgendeiner Weise zu irgendetwas, was uns gefallen würde. Ich setze auch mal hier so ein bisschen Provokation hin, damit die sich noch ein bisschen mehr verausgaben. Eigentlich müssen wir da reingehen, aber ich würde eigentlich lieber so einen Langschwertkämpfer reinbringen. Ich würde hier so einen verletzten Pekingier. Ich weiß gar nicht, kann ich überhaupt? Ja, kann ich angreifen. Ich glaube, ich tue es trotzdem. Ach, dahinten ist ja noch was. Ich würde ihn einfach verteidigen lassen und beten, würde ich sagen. Auch wenn das wahrscheinlich jetzt vergeben ist. Okay, das war dumm. Wieder ein... Oh, okay, er ist abgehauen. Er geht lieber hinten in den Pferdchen angreifen. Das ist natürlich super für uns, weil nächste Runde haben wir dann auf jeden Fall gewonnen. Ja, dann ist der Kampf durch. Danke, KI. Ja, und damit haben wir gewonnen. Das war nicht schlecht. Haben keine Fluste gehabt, können es also jetzt gut regenerieren und können hier diese Schleicherinnen da irgendwie auch eigentlich umbringen. Die sollte... Ja gut, die würde einfach abhauen. Aber wir haben auf jeden Fall diese Stadt schon mal eingenommen. Das ist, glaube ich, die Größe, die er hat. Ja, Marvold. Die anderen sind jetzt ähnlich, aber ist schon mal nicht schlecht. Vorsichtig, wir müssen hier irgendwo... werden hier irgendwo plündert. Er plündert unseren Hafen. Marvold ist nervig, aber können wir auch nichts gegen machen. Er hat halt irgendwie 100 Schiffe, warum auch immer. Da haben wir jetzt gar nicht. Also Schiffe habe ich jetzt gar nicht gebaut. Aber ist auch nur so eine Nebenregion, von daher kann er die ruhig plündern. Das ist nicht mein Problem. Wir werden auch bald in die nächste Zeit, Alter, gehen. Wir haben auch noch immer was zu forschen. Wir haben auch noch was zu forschen. Dann braucht man das eigentlich nicht. Ihr seht, wir sind auch weit vorne mit den Punkten dann, was schon mal nicht schlecht ist. Er ist allerdings schon bald in die nächste Zeit, also danach. Will auf jeden Fall den Ästhetenstern noch mitnehmen. Vielleicht noch das Geld. Ja, kann aber noch ein bisschen was dauern. Schauen wir mal, wie der Krieg weitergeht. Dann kann sich das ja dann darüber entscheiden. Kann aber sein, dass es uns natürlich technologisch dann so ein bisschen aufholt, was ich sehr ärgerlich fände. Wir haben noch eine kleine Schlachtgeschlange oder eine größere, aber die war jetzt nicht bedeutsam. Das kennen wir schon. Wir haben natürlich noch ein paar Stacks gehabt, aber nichts Besonderes. Und so sieht es momentan aus. Wir würden jetzt weitergehen, auch wenn wir hier die beiden eigentlich noch gern haben würden. Wobei das kriege ich nie hin, weil unsere Diplomaten nicht schnell genug sind. Aber ihr seht, sonst haben wir eigentlich so gut wie alles abgeschlossen. Was ganz wichtig ist, ist die Frage, was wir jetzt nehmen. Ob wir jetzt wieder auf Wissenschaft gehen, da haben wir allerdings eine sehr schlechte Fähigkeit. Oder Militär oder sonst was, muss ich jetzt nochmal schauen. Wir haben ein paar Optionen. Also erstmal die Taino wären gut für viel Nahrung. Das wäre eine Option. Azteken einfach, weil schnelle Bewegung ist halt Gold wert. Allein dafür. Jagokrieger ist okay. Schaden haben wir eigentlich schon besser, weil wir ja schon eine Epoche weiter geforscht haben. Aber da sind wir jetzt nicht ganz im Eindruck. Dann, wenn ihr Geld haben wollt, Hippodrom. Also wenn wir wissen wollen, wie man 2000, 3000 pro Hunde kriegt, Hippodrom bauen, ihr seht vier Geld pro Pferd. Und dann noch Reitlager angrenzt. 25. Wenn ihr dann 25 habt pro Pferd, wir haben jetzt glaube ich schon ungefähr 10 Pferde oder sowas. Können wir mal gucken, wie viele Pferde wir genau haben. Oh Gott, wie kann man das jetzt nochmal sehen? Das ist für die Frage. Ach hier oben war das irgendwo. Genau, wir haben 23 Pferde. Das heißt pro Hippodrom. Ja, Hippodrom kriegen wir, könnt ihr ja ausrechnen, 23, also 46, plus vier Geld sowieso, also 50. Plus 25, wenn wir noch ein Reitlager daneben haben, das heißt, wir sind bei 75. Und wenn ihr halt noch alles drumherum noch habt, oder Marktlager drumherum baut, dann kriegt ihr noch mehr. Das ist total krank. Also die Dinger, die gehen so ab. Und die Vergara gerade ist halt sehr stark, weil 40. Angriff ist schon in der Epoche sehr gut. Und das hier umbringt uns wieder nichts. Das wäre halt die Option. Und dann hätten wir noch die Teutonen, weil wir kriegen sehr viel Wissenschaft sofort dazu, weil wir einfach schon sehr viele Religionsanhänger haben und auch eben Geld. Der Kaiserdom ist halt nicht so gut. Es wurden Schmiede für Gefrüchte, was ganz cool ist. Er hält natürlich unsere Religion im Laufen, was auch ganz cool ist. Aber insgesamt eben vergleichbar mit dem anderen, glaube ich, eher schwächer. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich denke, wir gehen mit den Azteken einfach um dieses Thema, was wir gerade haben, brutale Eroberung einfach fortzusetzen. Noch eine Bewegung ist halt einfach krass. Da hat mir alle anderen auch gefallen, aber ich habe selten Azteken genommen. Ich nehme mal so immer Byzantiner, Franken oder halt die Umayaden wegen dem Forschungsbonus. Da Inno wäre halt lustig, wegen Wachstum, aber das passt irgendwie nicht zu unserem Thema. Und Teutonen werden auch passen. Also beide sind gut, aber diese zwei Bewegungen für Landeinheiten ist halt so krass. Da können wir uns so durch das ganze Feld bewegen. Ich glaube, damit können wir die Leute halt richtig brechen. Das ist schon ganz cool. Ja, dann haben wir ja religiös dann trotzdem noch so ein bisschen. Deswegen ist unsere fanatische Religion auch noch immer da, sage ich mal. Das passt ganz gut. Wir versuchen jetzt hier auch noch auf Karal zu gehen. Ich habe auch keine Ahnung, wie viele Militär die da haben. Es kann sein, dass wir komplett umgebracht werden, aber mal sehen. Wir greifen dann nach Katoago an. Und ja, ich ziehe erstmal ganz viel von meinen Sachen zurück, weil diese Position ist ein bisschen ärgerlich. Ich werde jetzt auch da nicht so super angreifen. Ich werde mir, glaube ich, besser überlegen, so wie ich die Stelle. Nach dem Pekin hier ein bisschen noch zurückziehen. Eigentlich will ich einfach nur die, die sind auf einer Ebene. Würde ich den da hin zurückziehen. Das ist natürlich sehr passiv dann. Ich habe Angst, dass die dann nachher mit noch mehr Verstärkung dazu kommen. Also können wir sie halt mehr in Schutzgasten nehmen, sage ich mal. Und du kannst dich schon mal hier rüber bewegen. Und das Pferd hoffentlich kann dann nachher, Pferdchen, Entschuldigung, kann dann hoffentlich dann einmal drum herum gehen. Das wäre schon ganz in Ordnung. Mehr können wir da erstmal nicht tun. Aber es ist jetzt auch kein spektakulärer Kampf. Wir haben einfach nur gegen Bauern. Es geht nur darum, nichts zu verlieren. So wie ich es gehofft habe, jetzt können wir unsere Armbrustschützen schön hier oben aufstellen und hier diese Verteidigung brechen. Immer ganz wichtig bei Humankind, auf jeden Fall Fernkäufer immer schön hochstellen und dann eben auch die Verteidigung gerade damit brechen. Dann habt ihr es immer am einfachsten. Ja, und der Rest ist jetzt eigentlich nur noch, ja, ein bisschen Spielerei, sage ich mal, dass wir die umgebracht haben. Ihr seht, das geht relativ zügig. Und dann sind wir eigentlich hier auch schon in der Stadt drin, in den nächsten, zack. Weil wir hatten ja eben schon mal eine Schlacht. Wie gesagt, die habe ich jetzt nicht aufgenommen, weil es wäre halt einfach nur noch mehr Zeit, sage ich mal. Die war jetzt auch nicht ultra spannend. Waren aber doch mehr, als ich dachte. Ich dachte zuerst wäre eine kleine Armee. Dann kamen aber dann noch zwei Stacks dazu. Aber jetzt alles nichts, was jetzt deutlich irgendwie wäre. Ihr seht, ja, ich habe nichts verloren. Also war es jetzt keine total krasse Schlacht, die ich jetzt hätte zeigen müssen. Ja, und ihr seht übrigens, wie teuer es ist, solche Einheiten abzugraden. Also wirklich komplett lächerlich. Können natürlich auch unsere Einheiten heilen, aber pro Runde kriegen wir eigentlich genug dazu. Ich muss aber diese Schreitwagen, nenne ich es jetzt einfach mal, auf jeden Fall mal upgraden, weil die sonst nicht mehr funktionieren, sage ich mal. Ja, und dann gehen wir ins nächste Zeitalter und sind eigentlich ja schon ganz gut dabei. Die Brabbel tun wir uns natürlich nicht an. Und wir sind jetzt die Azteken. Wir haben jetzt natürlich noch mehr Geschwindigkeit. Wir können also durch die ganze Geschichte durchrennen, was sehr, sehr cool ist. Das gefällt mir sehr gut. Und es ist auch eine Stadt abgespalten worden. Ist die irgendwie... Oh, ist die abgespalten? Vielleicht hatte der nicht mehr halten können? Ich weiß es nicht. Können wir einfach mal alles reinpumpen, damit wir die direkt für uns gewinnen können. Das ist doch gar nicht schlecht. Und ja, Utica fehlt da nur noch. Und ja, diese kleinen Gebiete, das muss man auch wegmachen, sonst regeneriert sich die KI sofort wieder, was ziemlich nervig ist. Ja, und wir können uns übrigens unendlich Wunder holen. Ihr seht, eine Einfluss. Ich sage ja, das ist das, was ich bei Human-Carmen immer so finde. Wirklich diese Zahl. Wir haben 6000 Einfluss. Wir sind in der 160. Runde. Ich kann hier einfach wegschmeißen. Das ist halt unfassbar. Also das heißt, wir können uns eigentlich alle Wunder immer holen. Das ist schon ziemlich cool. Das ist zum Beispiel nicht schlecht, weil Industrie dazu gibt. Wir können ja eigentlich alle sehen. Ihr könnt ja einfach mal selber gucken, was daran ist. Meistens sind sie nicht so super, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, kann man sich halt mal gönnen. Kost, wo wir jetzt auch schon 3400, aber wir schon so viele haben. So, jetzt geht es Utica an den Kragen. Hinten belagern wir auch schon hier. Karall sieht nicht ganz so gut aus, weil es ein sehr unangenehmes Gelände ist. Ich meine, im Endeffekt könnten wir jetzt unsere Fähigkeit zum Beispiel nutzen. Hier sechs Bevölkerung killen sozusagen und die Einheiten produzieren. Wir können die aber auch einfach in einer Runde einfach herstellen. Von daher machen wir das. Wir brauchen auf jeden Fall viele Verkämpfer für diese Position und einfach auch keine Pferdchen mehr, sondern nur noch Nahkämpfer. Und dann sollte das eigentlich funktionieren. Machen wir mal 3-3. Die haben auch keine Armee mehr, scheinbar. Kann natürlich auch sein, dass die jetzt gleich kommen. Außer hier natürlich wieder 1000 Schiffe. Die sind auch noch immer dabei. Das könnt ihr hier sehen. Also eigentlich geht es nur um diese drei Bauern. Deswegen ist die Stärke, die die angegeben haben, nicht ganz so relevant. Man hat aber nur drei Runden. Danach ist der Kampf ja vorbei und dann hätte ich mal hier verloren. Dann müssen wir uns zurückziehen. Und dann müssen wir schauen, dass wir das nächste Runde hinkriegen. Ich versuche hier immer so ein bisschen reinzuteasen, uns anzugreifen. Wir können jetzt mit dem Armbussschutz in den beschießen. Der kann uns nicht erreichen. Ich weiß, das kann man kaum erkennen. Aber hier ist irgendwie so ein, der ist tiefer oder Berg oder so. Das ist fast unmöglich zu erkennen. Aber es ist zumindest ein Geländevorteil für uns. Auch ein schreckliches Gelände hier. Aber da sollten wir kurz einen Prozess mitmachen. Es werden gleich wieder Schiffe dazukommen. Wie immer. Das interessiert uns nicht. Müssen wir nur gucken, dass wir irgendwie die Armbuste halt zum Bearbeiten kriegen. Aber der hier kann auch nicht wirklich irgendwas machen. Ich würde mich... Ja, nee. Nur ganz nach vorne begeben. Ärgerlich. Ich bin nervig mit diesem Bödenvorteil da. Ich bin auch sehr anstrengend, das zu bespielen. Ich hoffe einfach, dass sie uns angreifen und sich dann selber vernichten. Gucken wir mal. Meistens tun sie das ja... Oh, da ist ja noch ein Fernkämpfer. Gucken wir mal. Ah, da sind aber auch noch Pferde und so weiter. Ah, okay. Da kommt noch deutlich mehr, als ich jetzt gedacht hätte. Das ist natürlich ätzend. Das habe ich überhaupt nicht erkannt. Das wird wieder anstrengend. So, jetzt haben wir Karal noch eingenommen. Ich muss jetzt doch die sechs Bevölkerung da abfahren, weil das war mir einfach zu fest gefahren. Jetzt hätten wir es nicht mehr geschafft in der Runde. Und dann supporten. Hier haben wir einen Pekinier verloren. Sollen uns nicht weiter kümmern. Kommen wir schnell zurück. Können Krieg auch beenden. Wir können jetzt auch nicht mehr erobern. Ich glaube, wir schaffen das jetzt nicht. Vielleicht kriegen wir ihn schon zu Vassal. Dann haben wir tatsächlich schon gewonnen. Kapitulation erzwingen. Und wir könnten hier sagen, ein Vassal. Und dann kriegen wir noch ganz viel Erschädigung. Und das war es dann eigentlich. Müsste tatsächlich schon der Sieg gewesen sein, wenn ich das jetzt... Außer das Spiel hat das irgendwie mit einem sehr merkwürgen Mechanismus. Aber müssten wir eigentlich jetzt schon gewonnen haben, weil wir alle unter Joch haben. Ende eurer Reihe. Das ist die letzte Runde. Genau. Alle Reiche sind Vassal. Das heißt, wir haben tatsächlich die ganze Karte jetzt erobert. Wir sind bei 163 und konnten uns das gesamte Gebiet unter Joch mit massiv viel Forschung. Ihr seht auch massiv viel Geld. Massiv viel Einfluss. Von daher sind wir tatsächlich durch. Ihr seht, wir konnten also eine Bauernarmee beschwören schnell. Wir haben noch einen hier reingesetzt. Da konnten wir direkt in den Kampf mit eingreifen. Ganz nett. Die kann man auch zum Pekinieren upgraden. Kann man durchaus machen. Wir haben jetzt ja wieder ultra viel Geld geschenkt bekommen. Von daher könnte man die jetzt direkt gerade upgraden. Das heißt, wir sind auch ungeschlagen. Das wäre jetzt einfach nur ein Grind, da weiter zu machen. Von daher haben wir jetzt gewonnen, Leute. Und ja, ich habe den Sprecher übrigens ausgemacht. Ich fand den Sprecher immer sehr arrogant. Ja, ich weiß, es ist sehr viel Rant gewesen. Aber so gehört es nun mal dazu bei Rehumankind. Aber das war eigentlich eine nette Runde. Ein bisschen sehr bewältigend. Ihr habt aber auch gesehen, dass die KI natürlich dauerhaft immer sich weiter verbreiten kann, also sehr viel Einfluss hat und auch sehr viel Stacks hat natürlich. Aber ja, wir haben es auf jeden Fall geschafft, obwohl wir die ganze neue Welt nicht bekommen haben, schön mit der Suh-Strategie, mit dem Opener einen perfekten Start hinzulegen oder einen relativ guten Start hinzulegen und die KI auch wirklich gut zu unterjochen. Was ich ganz nur empfehlen, spielt mal nach Suh und dann halt diese Hegemonie, dass ihr da 270 Einfluss nehmt und damit einfach so snowballen könnt. Und das ist schon ziemlich krank. Von daher bedanke ich mich fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei, gerade für die Leute, die Jugendkeit wollten. Ihr müsst jetzt auch subscriben. Daumen hoch auf jeden Fall und Kommentar da lassen für den Algorithmus, denn der Roboter lebt. Denkt dran. Ja, hier sehen wir uns nochmal. Naja, sehr gut. Hat doch gut geklappt. Danke fürs Zuschauen. Hau rein.